Die weise Schlange Es ist nun schon lange her, da lebt ein König, dessen Weise dem ganzen Land berühmt war. Nichts blieb ihm unbekannt und es war, als ob ihm Nachricht von den verborgensten Dingen durch die Luft zugetragen würde. Er hatte aber eine seltsame Sitte. Jeden Mittag, wenn von der Tafel alles abgetragen und niemand mehr zugegen war, musste ein vertrauter Diener noch eine Schüssel bringen. Sie war aber zugedeckt und der Diener wußte selbst nicht, was darin lag und kein Mensch wüßte es, denn der König deckte sie nicht eher auf und aß nicht davon, bis er ganz alleine war. Das hatte schon lange Zeit gedauert, da überkam eines Tages den Diener, der die Schüssel wieder wegtrug, die Neugierde, dass er nicht widerstehen konnte, sondern die Schüssel in seine Kammer brachte. Als er die Tür sorgfältig verschlossen hatte, hob er den Deckel auf und da sah er, daß eine weiße Schlange darin lag. Bei ihrem Anblick konnte er die Lust nicht zurückhalten, sie zu kosten. Er schnitt ein Stückchen davon ab und steckte es in den Mund. Kaum aber hatte seine Zunge berührt, so hörte er von seinem Fenster ein seltsames Gewisper von feinen Stimmen. Er ging und horchte. Da merkte er, daß es die Sperlinge waren, die miteinander sprachen und sich allerlei erzählten, was sie im Felde und im Walde gesehen hatten. Der Genuß der Schlange hatte ihm die Fähigkeit verliehen, die Sprache der Tiere zu verstehen. Nun trug es sich zu, daß gerade an diesem Tage der König ihren schönsten Ring fortkam und auf den vertrauten Diener, der überall Zugang hatte, der Verdacht fiel, er habe ihn gestohlen. Der König ließ ihn vor sich kommen und drohte ihm unter heftigen Scheldworten, »Wenn er bis morgen den Täter nicht zu nennen wüßte, so sollte er dafür angesehen und gerichtet werden.« Es half nichts, daß er seine Unschuld beteuerte, er ward mit keinem besseren Bescheid entlassen. In seiner Unruhe und Angst ging er hinab auf den Hof und bedachte, wie er sich aus seiner Not helden könne. Da saßen die Enten an einem fließenden Wasser friedlich nebeneinander und ruhten. Sie putzten sich mit ihren Schnäbeln glatt und hielten ein vertrauliches Gespräch. Der Diener blieb stehen und hörte ihnen zu. Sie erzählten sich, wo sie heute Morgen allherumgewackelt wären und was für ein gutes Futter sie gefunden hätten. Da sagte eine verdrießlich, »Mir liegt etwas schwer im Magen. Ich habe einen Ring, der unter der Königin Fenster lag, in der Hast mit hinuntergeschluckt.« Da packte sie der Diener gleich beim Kragen, trug sie in die Küche und sprach zum Koch. »Schlachte doch diese ab, sie ist wohl genährt.« »Ja«, sagte der Koch und wog sie in der Hand. »Die hat keine Mühe, gescheut sich zu mästen und schon lange darauf gewartet, gebraten zu werden.« Er schnitt ihr den Hals ab und als er sie ausgenommen hatte, fand sich der Ring der Königin in ihrem Magen. Der Diener konnte nun leicht vor dem König seine Unschuld beweisen und da dieser sein Unrecht wieder gut machen wollte, erlaubte er ihm, sich eine Gnade auszubitten und versprach ihm die größte Ehrenstelle, die er sich an seinem Hof verwünschte. Der Diener schlug alles aus und bat nur um ein Pferd und Reisegeld, denn er hatte Lust, die Welt zu sehen und eine Weile darin herumzuziehen. Als seine Bitte erfüllt war, machte er sich auf den Weg und kam eines Tages einem Teich vorbei, wo er drei Fische bemerkte, die sich im Rohr gefangen hatten und nach Wasser schnappten. Obgleich man sagt, dass Fische stumm wären, so vernahm er doch ihren Klage, dass sie so elend und unartig umkommen müssten. Weil er ein mitleidiges Herz hatte, so stieg er vom Pferd ab und setzte die drei Gefangenen wieder ins Wasser. Sie zappelten vor Freude, steckten die Köpfe heraus und riefen ihm zu, »Wir wollen dir Gedanken und dir's vergelten, dass du uns errettet hast.« Er ritt weiter und nach einer Weilchen kam es ihm vor, als hörte er zu seinen Füßen in dem Sand eine Stimme. Er hoachte und vernahm, wie eine Ameisenkönigin klagte, »Wenn uns die Menschen mit der ungeschickten Tieren vom Leib blieben, da tritt mir das dumme Pferd mit seinen schweren Hufen meine Leute ohne Barmherzigkeit nieder.« Er legte auf seinen Seitenweg ein und der Ameisenkönig rief ihm zu, »Wir wollen's dir ver... ... gedenken und dir vergelten.« Der Weg führte ihn in einen Wald, und da sah er einen Rabenvater und eine Rabenmutter. Die standen bei ihrem Nest und warfen ihre Jungen heraus. »Fort mit euch, ihr galgen Schwengel!« riefen sie. »Wir könnten euch nicht mehr satt machen. Ihr seid groß genug und könnt euch selbst ernähren.« Die armen Jungen lagen auf der Erde, flatterten und schlugen mit ihren Fittichen und schrien, »Wir hilflosen Kinder! Wir sollen uns selbst ernähren und können noch nicht fliegen! Was bleibt uns übrig, als hier hungers zu sterben?« Da stieg der gute Jüngling ab, tötete das Pferd mit seinem Degen und überließ es den jungen Raben zum Futter. Die kamen herbeigehüpft, sättigten sich und riefen, »Wir wollen's dir gedenken und dir's vergelten!« Er mußte jetzt seine Beine gebrauchen und als er lange Wege gegangen war, kam er in eine große Stadt. Da war großer Lärm und Gedränge in den Straßen und kam einer zu Pferde und machte bekannt, »Die Königstochter suche einen Gemahl. Wer sich aber um sie bewerben wolle, der müsse eine schwere Aufgabe vollbringen und er könne es nicht glücklich ausführen, so habe er sein Leben verwirkt. Viele hatten es schon versucht, aber vergeblich ihr Leben daran gesetzt. Der Jüngling, als er die Königstochter sah, ward von ihrer großen Schönheit so verblendet, dass er alle Gefahren vergaß, vor den König trat und sich als Freier meldete. Alsbald ward er hinaus ans Meer geführt und vor seinen Augen ein goldener Ring hineingeworfen. Dann hieß ihm der König, diesen Ring aus dem Meeresgrund wieder hervorzuholen und fügte hinzu, »Wenn du ohne ihn wieder in die Höhe kommst, so wirst du immer aufs Neue hinabgestürzt, bis du in den Wellen umkommst.« Alle bedauerten den schönen Jüngling und ließen ihn dann einsam am Meer zurück. Er stand am Ufer und überlegte, was er wohl tun sollte. Da sah er auf einmal drei Fische daher schwimmen, und es waren keine anderen als jene, welche er das Leben gerettet hatte. Der mittelste hielt eine Muschel im Munde, die er an den Strand zu den Füßen des Jünglings legte. Und als dieser sie aufhob und öffnete, so lag der Goldring darinnen. Voll Freude brachte er ihm den König und erwartete, dass er ihm den verhissenen Lohn gewähren würde. Die stolze Königstochter aber, als sie vernahm, dass er ihr nicht ebenbürtig war, verschmähte ihn und verlangte, er sollte zuvor eine zweite Aufgabe lösen. Sie ging hinab in den Garten und streute selbst zehn Säcke voll Hirse ins Gras. »Die muss er morgen, ehe die Sonne hervorkommt, aufgelesen haben,« sprach sie, »und es darf kein Körnchen fehlen.« Der Jüngling setzte sich in den Garten und dachte nach, wie er es vollbringen würde, die Aufgabe zu lösen. Aber er konnte nichts ersinnen, saß da ganz traurig und erwartete, bei Anbruch des Morgens zu Tode geführt zu werden. Als aber die ersten Sonnenstrahlen in den Garten fielen, so sah er die zehn Säcke alle wohlgefühlt nebeneinander stehen und kein Körnchen fehlt er darin. Der Ameisenkönig war mit seinen tausend und tausend Ameisen in der Nacht angekommen und die dankbaren Tiere hatten die Hirse mit großer Emsigkeit gelesen und in die Säcke gesammelt. Die Königstochter kam selbst in den Garten herab und sah mit Verwunderung, dass der Jüngling vollbracht hatte, was sie ihm aufgegeben war. Aber sie konnte ihr stolzes Herz noch nicht bezwingen und sprach, hatte er auch die beiden Aufgaben gelöst, so soll er doch noch eher mein Gemahl werden, bis er mir einen Apfel vom Baum des Lebens gebracht hat. Der Jüngling wusste nicht, wo der Baum des Lebens stand. Er machte sich auf und wollte immer zugehen, solange ihn seine Beine trügen, aber er hatte keine Hoffnung, ihn zu finden. Als er schon durch drei Königreiche gewandert war und abends in einem Wald kam, setzte er sich unter einen Baum und wollte schlafen. Da hörte er in den Ästen ein Geräusch, und ein goldenen Apfel fiel in seiner Hand. Zugleich flogen drei Raben zu ihm herab, setzten sich auf seine Knie und sagten, »Wir sind die drei jungen Raben, die du vom Hungertod errettet hast. Als wir groß geworden waren und hörten, dass du den goldenen Apfel suchtest, so sind wir über das Meer geflogen bis ans Ende der Welt, wo der Baum des Lebens steht und haben dir den Apfel geholt.« Voll Freude machte sich der Jüngling auf den Heimweg. Und brachte der schönen Königssochter den goldenen Apfel, der nun keine Ausrede mehr übrig blieb. Sie teilten den Apfel des Lebens und aßen ihn zusammen. Da ward ihr Herz mit Liebe zu ihm erfüllt, und sie erreichten im ungestörten Glück ein hohes Alter. Also? ... ...